Ja, April ist jetzt markiert, wahrscheinlich weil wir zuvor gekommen sind, wir hätten gar nicht in diese Fabrik gehen sollen. Ah, aber wir können erstmal für die Schenke das Ding aus der Warrock-Höhle holen. Also das müsste hier sein, Warrock-Lager, Titanschwert. Also nicht Schild, sondern Titanschwert. Und dann gehen wir nochmal zurück in die andere Stadt, holen uns da einen Bomber in Garnack. Holen uns einen neuen Bomber. Der kann sich gleich das Ding holen. Okay, die Hawks machen da ziemlich guten, kurzen Prozess mit den Gegnern. Sind ja auch Kämpfer, die sind grundsätzlich, glaube ich, etwas stärker. So, wir haben wieder einen verloren, was aber nicht so schlimm ist. Hm, Gegner einfrieren wäre nicht schlecht, Mana-Strom. Blitz. Nee, einfrieren ist nicht schlecht. Den lerne ich mal und packe ihn da statt dem Funken rein, den ich eh nie benutze. Wir sind fast da. Gut. so dir wollte ich das ding geben dass du erfahrungspunkte kriegst und wir erfahrungspunkte kriegen wir haben zwei orks verloren sogar wir müssen noch auf unser geld ein bisschen achten das titanschwert haben wir abgegeben ja so aktualisieren heißt glaube ich sie upgraden während das nächste 25 weniger gold und krieger zu ersetzen das andere ist ja aktualisieren und kaufen genau das heißt wir marschieren jetzt noch mal zurück zur stadt wir können aber auch von marschieren da ist die schlucht in die wir müssen das ding haben wir ausgeräuchert und ja ein paar orks aus einer schenke haben ist mal was anderes oder beim vorgänger haben wir nie orks gehabt eigentlich außer wir haben sie durch quests oder für quests bekommen die schenke macht uns ein gutes angebot oh ja sollten wir auf jeden fall annehmen go where the touring vom wolfsrube oh ja ja spiel braucht stadt stufe 3 stadt stufe 3 ist noch nicht erreicht Das Gift haben wir abgegeben. Hier müssen wir rein, um zu den Jungen zu kommen, aber ich blick immer noch nicht, wo die Schweine sein sollen. Wir sind fast da! Ich weiß nicht mal, sieht man die Schweine, wenn man nicht in der Nähe ist? Und wie viele Schweine sind es überhaupt? Das sind so Sachen, die habe ich so wenig Erinnerungen. Hier wären Schweine, hier wären Eber. Ob die damit gemeint sind, ist die gute Frage. Wir gehen nachher nochmal da hoch, sobald wir das Monster erledigt haben. Bevor wir das Monster erledigen, gehen wir in die Wolfshöhle. Die liegt hier hinten, die da oben, ja. Die haben immer noch nichts für uns, sind ja tot. Garnak hat nichts Neues für uns, okay. Aber wir haben wenigstens eine kampfstarke Truppe wieder. Und jede Menge Wölfe. Hier sind wirklich einige Sandwolfshöhlen. Die Frage, kommen wir überhaupt da hoch, oder müssen wir da rum? Wenn die schon da rumlatschen, müssen wir wahrscheinlich da rum. Ja, wir wissen nicht. Ame! Ame! So, da war Nahrung drin. Und da ist schon die nächste Wolfshöhle. Das ist alles. Du bist ein totes Mann! Du bist ein totes Mann! Na ja, wir wissen nicht. Ja. Aha. Gut. Gut. Aha. Gut. Oh. Wenn ich was auf 3 bringe, werde ich adept. Will ich aber gerade erstmal noch nicht wehre. Dann erstmal wie ich meinen Mana steige, dann muss ich zugeben. AIM! 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 Sind wir ehrlich, bevor wir da weiterlaufen und vielleicht noch was triggern, geben wir jetzt erst mal das Vieh töten. Ah, hier sind noch mehr Ausbrüche und alles. Gut. Gut. Äh, nein, hier nicht, ein zweiter. Das gucken wir uns später an, wenn wir dann müssen. Gut. Man merkt, äh, Sign of Darkness ist doch ein bisschen anders als der Vorgänger. Also, vom Gefühl her spielt es sich an manchen Stellen schon etwas anders. So, hier müssen wir rein. We're almost there. That's the biggest Vorg I've ever seen. It could tear my soldiers to pieces. Fortunately, the beast can't harm my astral body. The sage's grandson must be near. Ja, die Bessie kann unserem Astral Körper nichts anhaben, aber unseren Truppen. Äh, deswegen sollten wir hier unseren Playsafe mal speichern. Well, we don't know. We're almost there. Catch this. Catch this. Catch this. Okay, let's talk. Okay, ich brauche neue Kämpfe. Ich hoffe mal, das Vieh heilt sich nicht. Okay, das wird unschön gegen das Vieh. Der hält sich auch noch voll. We're almost there. We're almost there. Ha! Und jetzt kommen auch noch seine Truppen. What? Kill whom? We're almost there. Good. Aim? Well, we don't know. We're almost there. We're almost there. We're almost there. Vielen Dank.